Hallo, da spricht der Paul Schaner, oder wie ich für meine Millionen englischen Fans heiße, Paul Schaner. Ich habe mir gedacht, aufgrund der letzten Ereignisse ist irgendwie angesagt, dass ich mich ans Furcht gewöhnt mit einer Rede. Ja, was alles passiert ist, das wissen wir und mein neuer Mentalcoach, der Valentin Tischler, hat auch gesagt, dass ich das machen soll. Gut, Nummer 1. Paul Schaner ist kein Rotspur. Ich lasse mich nicht verurschen. Jetzt sage ich, es gibt einen Paul Schaner 2.0 und auf einmal gewinnen die Österreicher 2.0 gegen die Türkei. Das geht ja wohl ganz klar auf mein Körper. Ist ja ganz logisch, ich habe mittrainiert und habe das Ganze ermöglicht. So, wie geht es weiter? Ich habe da eine Liste von Forderungen geschrieben. Wenn die Lückenlos erfüllt wurden bis morgen um 12, sagen wir 12.0, dann wird es in Österreich auch ein Paul Schaner 2014 geben. Forderungen Paul Schaner 16.08.12 1. Paul Schaner ist unumstößlich auf Lebenszeit, Innenverteidiger und Kapitän der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Dieser Fixplatz wird auch garantiert, wenn Paul Schaner bei einem Ländermatch nicht mitwirken kann oder will. Neben einem Paul Schaner gibt es keine weitere Innenverteidigung. 2. Paul Schaner übernimmt ab sofort folgende Funktionen in Personalunion. Innenverteidiger, Kapitän, Teamchef, Präsident, Co-Trainer, Vizepräsident, Konditionstrainer, Scout, Koch, Plotzwart, Pressesprecher, Generaldirektor. Zeigwort, will Paul Schaner nicht werden, das überlässt er in seiner großen Güte Marcel Kohler, der so noch ist mein Küchengsel Schnitzelgrupfer. 3. Das österreichische Nationalteam wird ab sofort in Paul Schaner 2.0 Team unbenannt. Entsprechende Briefs sind schon an News, FIFA und UEFA abgeschickt. 4. Die Sendung Wir sind Kaiser heißt ab sofort Wir sind Schaner. 5. Der Ballhausplatz wird schon jetzt im Paul Schaner Circus oder auch Paul Schaner Zirkus, da bin ich tolerant, unbenannt. Was hat das für einen Hintergrund? Nach der Beendigung meiner Karriere, wenn ich nicht mehr will, dann werde ich sofort Bundeskanzler der Republik Österreich. Gut, ja, bis morgen 12.00 habt ihr Zeit, dass ihr die Forderungen erfüllt. Wenn nicht, habe ich schon einen Plan B. Wie seht ihr, ich habe schon den spanischen Weltmeister Leibalon und ich habe einen brechenden Brief schon geschickt an Vicente de Bosque. Der ist noch Trainer von den Spanien bis Iswir. Ich habe ihnen nämlich gesagt, ich mache euch eins klar. Ein Erfolg für Spanien. Und dieses Dahinsichen muss ein Ende haben, weil mit zwei Europameistertiteln und einem Weltmeistertitel kannst du nicht zufrieden sein. Da muss es nur mehr gehen. Wenn ihr endlich einmal wirklich einen Erfolg haben wollt, dann geht das nur mit Paul Schaner 3.0. Paul Schaner, Ende.